Hi Leute und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Wir wollen uns gegen keinen Hippo beweisen. Ich möchte mal gucken, ob ich irgendwas anpasst. Physisch angriffen. Schnelllader. Das ist eigentlich schon ganz gut so. Wir lassen es einfach so und probieren es einfach. Wir hatten im letzten Part auch schon ein paar gute Ansätze. Leider hat er uns immer noch irgendwie gekriegt. Hopsa. Na. Okay. Hopsa. Na. Come, come. Woah, woah, woah. Oh, shit. Hopsa. Aber wohl damit gerechnet, wa? Hopsa. Woah. Wie läuft er mit seiner blöden Krone? Hops. Ganz vergessen. Geh doch hoch. Woah, shit. Hopsa. So. Muss sagen, die weißen gefallen mir ganz gut. Weil die schön fliegen. Hops. Oh, ich dachte, hier schlägt mich jetzt. Au. Oh. Oh. Nicht gut. Ah, ich muss ein bisschen, ich will nicht sagen aggressiver werden, aber irgendwie. Irgendwie muss ich... Ah. Wow. Rück ab. So eine Verteidigung, Leute. Ich muss ein bisschen öfter treffen mit meinem ganzen Kram. Hier. Genauso. Nur halt. Damit nicht getroffen werden. Was ist das denn für ein Angriff? Hat er grad zum ersten Mal gemacht, oder? Haben wir ihn schon mal gesehen? Diesen Kopfstoß habe ich noch nie gesehen. Also... Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn nicht wahrgenommen bisher. Sagen wir es mal. Krass. Hops. So. So. Zweifel drauf. So. So. Ah, schade. Woow! Nein! Feel free to leave the way! Oh, schön... Jawoll! Ah, shit. Nein, nein, nein. Ja, schön! Oh, schade. Falsche Richtung. Nicht gut, nicht gut. Ich kann mich treffen lassen. Okay, da hat er einen Angriff wieder gemacht. Kann sein, dass ich den nur beim letzten Mal noch nicht so wahrgenommen habe. Ne, das wird nichts. Die machen zwar irgendwie nur 7% oder so. Ja, das ist so lange schade. Oh, schade. Ja, das ist so lange schade. Komm schon, pick man, ich schaff das. Oh, shit. Ich weiß nicht, was er drauf hat. Ich darf ihm wahrscheinlich einfach nur nicht zu nahe kommen. Was natürlich schwer gesagt ist. Wow, wow. Nein, er hat mich doch getroffen. Okay, jetzt weiß ich ungefähr, wie der Angriff funktioniert von ihm. Schade. Schade, schade. Schade. Okay, das kann man überleben, wenn man nicht vorgetroffen wurde. Schade. Na gut. Hapsa. 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 Ach, schade. Hapsa. 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 Dann lasse. Hapsa. Hapsa. Oh, Schweingart. Ah, Mist. Mist da. Hab ich mich auch verpasst. Ah, weg! Oh, Shit. Der Anfang war gut, aber danach hab ich mich zweimal so etwas treffen lassen. Da runter? Ah, Mist. Okay. Das bringt nichts. Boah, der hat mich fast erwischt. Haha, geschützt wird. Schön. Leider bringt mir das Ganze nicht so viel. Außer ich kriege ihn wirklich noch mit 70% hier weg. Was ich aber nicht glaube, weil er spätestens nächstes Mal wie eine Smash-Attacke hat. Ja, komm. Oh, das hat ihn aufgehalten. Schön. Ah, komm schon. Ah, ha, 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 ha. Das Problem ist halt, dass er... Ah, ha, ha, ha. Das war knapp. Ich muss ihn halt irgendwie auf Abstand halten. Hops. In der Richtung. Oh. Nein, nein, hoch. Oh, sauber. Oh, gut, guck mal, Polymer. Oh, komm schon. Das können wir schaffen. Oh, Mann. Spannung. Nein, 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 nein. 1%. Komm schon. Schafft ihr. Los, Pigment. Ich vertraue euch. Los. Los. Oh, wow. Ich hab' ich fast treffen lassen. Oha. Komm schon. 6%. Das ist so wenig. Nein. Och, komm. Warum jetzt sowas? Oh, das war so knapp. Das war so knapp. Shit. Oh. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich richtig. Wir können's schaffen. Er hat halt mittendrin einmal so richtig blöde getroffen. Ja, sowas zum Beispiel ist... Hm, nicht so schön. Oh. Da kommen wir. Wir stehen nicht vor der... Also ich hätte schon einen Pigment gezahlt. Ja, komm. Das geben wir auf. Wir haben 3% gemacht und haben selber schon 100 kassiert. So ungefähr. Oder 80. Aber... Ja. Das war eine schlechte Runde. So, können wir uns einfach mal selber töten bei dem Spiel. Gerade bei sowas ist das echt... Äh, echt nice. Ah, diese fliegenden Dinger, ne? Ich nehme mich da schon ein bisschen auf. Ja, sie sind zum Retten da, aber... Das ist den Ersten. Wow. Ich dachte, ich darf ja nichts zu dich ranlassen. Äh, was war das denn? Was für ein komischer Move. Ah, nicht so gut, nicht so gut. Shit. Ja, oh, oh, das war knapp. Oh, jetzt aber, komm her. Ups. Ach, das war synchronisch, das wäre mein gelber Pikmin. Okay. Das war er wieder. Boom. So. Komm mal her. Die ganzen Rand. Das kann man eigentlich immer drücken machen. Ah, 60. Das sieht doch ganz gut aus. Problem ist, wir haben auch nicht sehr viel. Oh mein Gott. Weg. So. Ouch. Das war dumm. Nein. Oh mein Gott. Oha, da hat mich mein Pikmin beschätzt. Nein. Oh, das war ein Glabsch. Na. Ach, komm, jetzt hat er mir diesen blöden Ding geworfen. Ich wundere mich, warum kann er plötzlich so eine Reichweite entfachen, aber... Mist. Ach, komm, wir sind so knapp dran, und er braucht nur drei Schläge. Wir müssen so rumhampeln dafür, ey. Nice, uh, der Pashmikko. Oh. Hups, um, hups. Hoppa! Hapsa! Machen wir einfach so weiter. Haps! Wow! Dieser Ausweichmove in der Luft ist eigentlich schon ganz nice. Genau, auf die Schnauze. Ah, dieses Ding. Acht Prozent macht das okay. Oder siehmal halb, aber das ist ja fast acht. Ah! Ich hab grad versucht, ich hab's irgendwie grad ein bisschen verwacht. Ah, schade. Ah, ich weiß gar nicht, wie ich so krass abhauen sollte. Ah, komm, legt mich ab. Oh, da runter. Jetzt kann ich mich gar nicht töten. Da oben möchte ich gar nicht gänzen. Da oben möchte ich gar nicht gänzen. Ah, schade. Ah, schade. Hapsa! Ah. Klasse, dass er seinen Kronen nicht wieder aufheben muss. Das wär witzig. Ah, genau. Ich bin durch. Ich bin das noch nicht gänzelt. Ah, schade. Ich bin doch nicht drauf. Aber gut. Ich bin doch nochmal Fassiem. Jawoll Alter, war das Knopf Ah, schöne Boom Jawoll Ich hätte gerne einen Stein ficken, wenn wir nur noch mal Wahrscheinlich soll Julian das ausgleichen, aber Sind nicht noch Stein, aber nämlich viel grauer So So Geht doch erstmal da abwarten Na, komm runter Und noch mal Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden er damit macht Jetzt wird's auf jeden Fall reichen Nein, er hat mich getroffen Och nö Jetzt sind wir down Ne, 12, wir haben noch Oh nein Okay Ich hab mir das gesagt Hätte mich jetzt auch gewonnen, wenn das Ding viel weniger macht als normaler Schlag Das ist echt ein Problem, ne Dass er halt seine Smash-Attacke bekommt Und er hat mich so hart auf die Schnur zu kriegen Der Pikmin bleibt immer unten, was soll das? Ah, ich bleib auch immer da runter, ne Das ist jetzt halt nicht kommen, dass er seinen Höhen Tritt macht Boah, das ist schon wieder Ups Hört, ist ja nicht geworben Ah, das war der falsche Weg, man Vielleicht denken wir, ich komme so an ihm vorbei und manchmal auf diesen Tritt und dann klappe ich nicht Ach, das war der falsche Weg Ah, das ist halt über mir. Obst du? Vielleicht muss ich das öfter so machen, dass ich um den Rand gehe. Und dann ihn bewerfen. Das scheint eigentlich ganz gut zu sein. Ah, aus der macht sowas. Oha, oha. Komm, weißt du nicht, wo er runter will? Soll ich mir das vielleicht auch pur waren? Ich kann es eh nur einmal benutzen. So. Ah, Mist. Das ist versaut. Alter, dass ich genau bei ihm runterkomme, das ist mies. Oha, naja. Wir können uns das ja machen. So. Wir sind kurz vor ihm. Und das Problem ist, dass er gleich seine Spähigkeit benutzt und wenn er uns damit trifft, war es das. Oh, da er schlägt uns einfach so Kau. Oha, ich weiß nicht. Ich muss ihn besiegen können. Also das ist machbar. Also das ist machbar. Definitiv. Wir gucken mal, ob wir irgendwie irgendwas verbessern können. Noch mehr Angriff machen oder so. Was ist das? Schuss-Items. Verstärkte Schuss-Items und er hört ihre Munition. Das sind Wurf-Items, ne? Keine Schuss-Items? Ich weiß nicht. Würfe. Leicht verstärkte Griffe und Würfe. Peff. Warte mal. Griffe und Würfe. Das ist wirklich nur, wenn er wegwirft. Schlag-Items. Wir nehmen mal das. Ich glaube, es könnte helfen. Meteor-Smashes. All deine Meteor-Smashes. Ja, warum nicht? Einfach machen. So, was ist das da? Perfekte Schild-Heilung. Perfekte Schilde heilen dich je nach Stärke des Angriffs. Aha. Auch nicht schlecht. Na ja, gut. Dann, äh, probieren wir es beim nächsten Mal einfach nochmal. Und, äh, hoffen, dass es dann besser klappt. Bis dahin dann. Ciao.